Ja, oh, da ist jemand gleich. 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 Ja, ich habe den jetzt am Sonntag bestellt. Ah ja, okay. Gut. Okay. 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 All right. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier Alright Alles gut Das übliche halt Ich korrigiere über 700.000 Zuckerrüben sind wieder bei 2,1 Millionen Da weißt du was da oben drin gelegen ist Oh ja Da waren bestimmt noch 400.000 Irgendwo bei 1,6 waren wir glaube ich Ja über 400, 500.000 waren da noch oben drin Da haben wir aber schon einiges weggeräumt Also Vorfüttel Ja Und da haben wir noch einiges weggeräumt Ja Was ich meistens nicht mehr verstehe, ist, dass wenn man bei jemandem zu Gast ist im gameplay, dass ich erst sagen kann, dass ich mitspielen kann und dann in ein paar Minuten sind die alle wieder neu raus. Viele kommen erst gar nicht rein, die fragen nur und dann war's das. Danke, Max. Grüß dich. Auch hier ein Schöndienst. Jakob Zalandersohn hat mir auch die Dithmarschen angeschaut. Dithmarschen, die hat durch diese ziese Masks viele unsichtbare große Collies. Und dadurch kommt da zu einer Verkaufsstelle nicht hin, ein, ja, ich weiß gar nicht, welches Feld das jetzt war. Irgendein Feld. Das ist fast komplett... Hier oben rein zieht, oder? Weiß ich nicht mehr. Das kannst du kaum abernten. Und dann... Naja... Moin Gelsen, grüß dich. Hier ein schöner Gitar. Und dann geht's auf. Danke, Gelsen. Das hat sich mitgekommen, sonst am Weiten hier... 20 Tage noch, dann in L22. Ja. Moin Nancy. Ja, schönen Dienstag. Das geht. Gar nichts. Gar nichts geht. Wir fahren. Wir fahren Fens. Ja, man muss schon sagen, öffnen frei in der Spiegel. Da können wir uns nicht anschauen. Haben schon einige geschrieben, was die Urlaub genommen haben. Ja. 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 Und was gibt's Neues bei dir, Schiffe? Mein Hase. Amazon hat das Spiel 33,99 gekostet. Okay. Für PS4. Oder für PC. Ne PC ist es glaube ich noch billiger. Mhm. Sonst neues Moment? Nö, ist nicht schlimm. Geht so alles. Außer, dass ich mit meinem Handy immer noch nicht klarkomme. Das wird jetzt sehen. Okay. Ach stimmt, 9,99 ist ja normal. 3 PC und die Konsole war ja 49,99. Richtig, richtig. Ja. Mein Rücken geht eigentlich heute. Okay. Danke. Ah, 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 ah. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr klappt in Wien und besuchen über Wochenende. Okay, ich bin gespannt, ob das klappt. Dieses Jahr sieht ein bisschen blöd aus, die Zahlen sind wieder hochgeschossen. Ja, ich schätze mal die ganzen Weihnachtsmärkte, dass wir uns auch alles wieder absagen. Okay. Okay. Rampen und die Fokseine. Hast du denn auch schon Wunschessen bei Erwin bestellt? Oder? Den mitgelehrte ich in den Camp, schauen wir mal, ob kommt hier auch mit. Ich hoffe, ich gehe hier raus aus meinen Gedanken. Okay. macht das schönes wochen in bayern macht das sehen auf dem bauernhof aber das finden ja alle bauern doof ja Oh, warmlich schön. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 PS4 soll wohl am Erscheinungstag verfügbar sein. Ja, genau. Wir sind ja nicht ganz so weit weg. Ich freue mich sehr lustig. Ich habe hier einen schönen Dienstag. Dankeschön, Michael. Oh, helle Kamotz, ja. Ich habe vorhin geguckt, da war noch nichts. Tatsächlich, die ersten Updates sind da. Ja. Die letzten Reste. Genau fünf Stunden Autofahrt nach G, je nachdem die Autobahn frei ist. Ja, Autobahn ist hier ein Problem. Oh, das ist doch allgemein in Deutschland, die Autobahn. Ja. 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 Ja, da machen wir 5 Stunden Autofahrt. Moin, gut gelaufen, lustig, auch Sie einen schönen Dienst auf und herzlich willkommen bei uns. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Danke euch auch, ne, was Hallo sehr geehrter Herr Aussie. Danke euch. Oh, oh, oh. Ja. 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 Seid mir Nachbarn, werde ich jeden Tag nur willkommen auf einen Kaffee trinken und Kuchen Also Kaffee habe ich immer nach, aber Kuchen ist selten Kuchen ist selten Vielen Dank. Ja, das ist aber auch das Wetter, das ist so trübe draußen. Ich bin im Moment auch gerade irgendwie so, oh, könnte ich am liebsten hinhauen. Ich bin im Moment. 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 Hahaha Okay Was haben wir für ein Käffchen? Oma Tana hat noch eine Karte rausgebracht, eine kleine Karte mit viel Ausbauportionalen. Ja. Oh, ha, 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 ha. Das ist ja ein Ding, ey. Messer Ferries. Hof Thalbauer, schon wieder ein Update? Der hätte doch erst nicht sein Gans gekriegt. Ich weiß gerne, ja,遊 �attel oder was? Ja, schon wieder ein Update. Achtung, neues Safe-G pressure erforderlich. Ja, das ist ja ehrgerlich. Ja, das ist es an der Ring. Ja, das ist ja nicht so ein Thema, sondern kurz eure Meinung zu der Hardware. Es kommt nur an, was du noch alles spielen möchtest, außer LS. Und die Systemanforderungen, die stehen ja immer bei am Spiel, was du mindestens haben musst. Und einmal was empfohlen ist. Am besten immer das nehmen, was empfohlen ist, dass du da in der Richtung drin bist. GmNPC-Rate sind einfach nur AMD, ja, X55, 8GB, ja, 18GB SSD, und nochmal 500GB SSD, die lassen wir jetzt dran. Zwei SSD-Karten, oder? Ja, ich hab' den Prozessor vom RACEN, da kämen wir nicht aus. Warte nicht, ob der gut ist. Ja, ich hab' den Prozessor vom RACEN, da kämen wir nicht aus. Ja, ich hab' den Prozessor vom RACEN. Ja, ich hab' den Prozessor vom RACEN. Ja, ich hab' den Prozessor vom RACEN. Ja, ja. Ja. Ja, so ein bisschen wie die Waldsee, ne. Aber nicht noch ein paar Pferde drauf, ein bisschen Ortschaft. Am Rest muss alles selber machen. Die macht immer mehr, gell? Ja. Jetzt hat's ja noch so ein Gebäudepad rausgebracht. Ja, der hat Blut geleckt. Ja, dann hoffen wir mal, dass es um 22 Uhr weiter geht. Moin Markus Koch, grüß dich, auch dir einen schönen Dienstag. Mistwetter, noch ist es trocken, aber komplett zugezogen. Dunkel. верnen. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. Danke schön, ruhig. Dann kann ich den Gaben. 열�cinna mal wieder? Hier können wir alles zusammen machen. In der Nähe. Und in der Nähe. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. Gün zu. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. Und es gibt noch. Und die Nähe. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. Temperaturen. Moin Ben, wüsste ich, auf die einen schönen Dienstag. Wie geht's dir? Oh, ein bisschen Meue, aber sonst geht's. Ja und selbst? Ah, Controller schon wieder. Hier regnet das und es ist so nasskalt, so richtig wie Herbstbitter halt. Ah ja. Ja, wir haben ja schon November, nicht? So, dann gucken wir mal, haben alles erwischt. So, dann können wir den abgeben. Themen brauchen wir nicht mehr. Ja. Die Anhänger und so, bitte alles mal da, ich hab die gerade mehr oder weniger hier irgendwie in Benutzung. Ja. 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 Ja, das Jahr vergeht so schnell, oh ja. Wir haben schon bald fast 2029. Ja. 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 知道. Genau Michael. Genau Michal. Michael. Guck. Mir geht's ganz gut. Lang, schiebt ihr heute? Vielleicht kann ich ja irgendwo mal mit wie, Ja. 18 Uhr aus Striebsch. Bis 18 Uhr. Tja, soll ich schon anfangen mit dröhnen oder bald wieder dunkel, ne? Oder soll man ja nachts überspringen, ne? Ja, wenn, dann machen wir hier vorher noch mal ein bisschen sauber, ja. Die Zeit mal ein bisschen ausnutzen. Die anderen Felder können wir alle verkaufen. Ja, das ist allerdings wahr, ja. Bis auf die 1, die kannst du glaube ich nicht verkaufen, weil die sind glaube ich beim Hof dabei. Ach ne doch, die kann man verkaufen, ja. Die ist extra, ja. Ja, dann haust du, klopst du halt die Felder schon mal raus, ja. Dorfste machen, ja. So, erstmal tanken hier, ne? Am Hof ist noch ein bisschen Diesel drin, ne? Ja, bin ich gerade. Über 2000 Liter. Genau, wenn wir neben dem Anhänger, ist glaube ich auch noch was drin. So, moin. Ntl. Ntl. Grüß dich, ich habe dir einen schönen Dienstag und herzlich willkommen bei uns. Guten Morgen, grüß dich, ich habe dir einen schönen Dienstag. Moin, Waldi. Wir kennen noch einen Schuh, achso, sorry. Aber der Name, der kommt mir nicht bekannt vor. Oh, du hast dich umbenennt. Herr Ossi ist aber großzügig, wenn du etwas verkaufst. Ja, gehen wir schon mal den ein oder anderen Bauern, dann fällt wieder zurück. Ich bin schon leicht angepisst. Oha. 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 Eieieieiei. Hört gerade wer auf hier. Oh, die 28 haben Mauner. Oh. Die kann Mauner abgeben. So. Da waren wir ja jetzt schon fast die 10 Millionen. Ja. Ja. Das war das mal. Die 2 muss noch fällig gemacht werden. Ach schon. Das sind noch kleine Geduld schon mehr, ne? Ja. Der war doch das. Körnermals. Ins Oma-Taner-Silo schmeißen. Auf dem Kurhof. Nichts mehr in den Schweinehof. Nein. Und der ist leer. Ach der ist voll. Aber... Er ist schmarrn. Ja. Ah ne, der ist voll hier. Beide. Ach, hier waren wir nicht, ne? Äh... Nee. Also immer... Ich bin... Ich meine, wir hatten auf der Gamescom unterhalten, ne? Dieses gleiche produzieren. Nee. Auf Gamescom war ich noch nicht. Dann musste ich mich immer verwechseln, aber da war ich noch nicht. Der Test sagt, lustig, auf die einen schönen Dienstag. Malzeit, einen traumhaften, warm Dienstag. Weißt du, dass es in LS22 gebrauchständer gibt? Ne, davon habe ich noch nicht gehört. Okay. Ich glaube, da soll aber was kommen. Dass man zumindest gebrauchte Maschinen wieder... Das ist da was... Also es war zumindest mal im Gespräch, glaube ich. Also im Fuchzeiler gab es ja immer so Angebote. Von verschiedenen Marken, ne? Guck mal, es gibt die nächste Lokalrunde inklusive Kuchen. Zehn Millionen, die haben wir locker, ey. Hahaha. Zehn Millionen, die haben wir locker, ey. Hahaha. Und die anderen Felder müssen wir ja auch alle noch verkaufen. Da können wir ja schon mal 15 Millionen planen. Moin, Lukas Zangenhaus, grüß dich. Ach, die einen schönen Dienstag. Gebrauchte Maschinen kaufen, ja das stimmt. Okay. Ja, das war gut. Da wird mit Sicherheit noch das eine oder andere Meer drin sein. Aber wir werden ja nicht alles verraten. Richtig. Genau, im Fuchzehner, glaube ich, oder im Siebzehner, wo es Angebote gibt, gab es. 13, weiß ich nicht, ob das da auch war, aber 15, weiß ich noch, da gab es die Angebote immer. Okay, das wäre ja super. Was ist eigentlich mit den Helfer? Ein Helfer haben wir nicht viel verraten. Wie gesagt, die lassen ja auch noch einiges offen, ne. Das soll ja auch noch ein bisschen Überwachung da sein. Moin, Karsten Weinstein, grüß dich. Habt ihr einen schönen Dienstag? Ja. 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 Jetzt können wir Leute auftrauen und die laufen nicht mehr rum, die Zombies. Oh mein Tag, naja, hab ich vorgesehen, naja, die hat richtig fluggelegt so. Das wäre schön, wenn man zu dem Lagen kann, fahr da zur Mitte, also zur Müde, verkaufen oder zum Hubsfilo. So was wird es mit Sicherheit nicht geben. Weil das schon wieder etwas gibt ja mehr. So, mal gucken, was ist das? Das wäre schon wieder kürzlich, muss ich sagen. Das wäre schon wieder kürzlich. Danke dir, Carsten. So, wenn wir die ganzen Stümmel hier wegmachen, ey. Junge, Junge, die haben wir doch stehen gelassen, ey. Mit dem, ist auch noch was drin? Ne, der ist leer. Hier? Hier? Aber so lange ist es ja nicht mehr. Jetzt ein paar Mal schlafen noch, dann ist es soweit. Sonst scheinbar haben wir ja nicht. Hier ist alles schön dicht. So, ich hol mir jetzt einen Kaffee. Oh ja, mein Job weg. Oh ja, mein Job weg. Ja, ja. Haha. 定 bleib. Nudeln. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja genau, nur die Hartkumpengarten, weil die, so sieht es aus, oder auf den Acker, ne? Wie war mal den Schlepper, nur die Batterie weg, nur der Wolf da wieder. Das geht ja noch mit, noch mit einem schönen Lächeln ausüben. Oh, ich dachte, ich komme noch bis hoch. Das sieht wie gut aus. Oh mein Gott. Machen wir nicht die gelbenste Lager? Können wir die gelbenste Lager? Können wir ja auch leer machen, oben in Tarn allein. Oh, hier ist es eine schöne Stelle hier. Oh mein Gott. Da, da, da. Da, da, da. Oh mein Gott. Hau, 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 hau. Lassen. Hier rein, durchdrehen ich hier. Ja gut, genau. Ich hole jetzt auch noch mal ein steinkäppchen, dann sind wir gleich wieder da. Ja, das ist ein bisschen besser. Ich bin jetzt mit 6,2 Liter der Zilager. Ach du Scheiße. Köh, hau, hau. Hör, hau. Hör, hau. Hör, hau, hau. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, Prost. Genau, ca. 13 Uhr haben wir. Kurz vor 13 Uhr haben wir und ich starte es. Jo, wie immer halt quasi, ne? Ich kriege schon wieder so von Kopf. Okay, wenn ich den einen Mod drehe oder lese. Was meinst du? Sackschieber. Okay, ist alles klar. Alles klar. Und zum Ende kommt noch mal ein Sackschieber. Oh, weih, 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 weih. Oh, weih, weih, weih. Einselben, der Böses denkt, ne? Jo, an dem, Prost. Kaffee, 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 kaffee ist wichtig heute. Ich hab da Musik reingefügt. Ich hab mein, 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 naja, Gaming-Studio ist es ja nicht richtig zu sehen. Ich hab da erstmal schön langgelegt, Kopfhörer auf, Musik an. Jo, kann man mal machen. Marleen, grüß dich, auf dir einen schönen Dienstag. Oh, habt ihr Sonne? Wir nicht. Das ist sehr schön, wenn ihr Sonne habt. Danke, Dankeschön, ne? Thomas, hast du schon mal geschaut, wie die Silage wir jetzt tatsächlich drin haben sollen? Ne, ich hab überhaupt noch nicht an, dass du sie guckst. Hab ich noch nicht getraut. Nur 6,2 Millionen Liter schon und nur an Silage. Schuh. Wenn's durchlaufen, müssen wir hier nochmal in Omatana-Silo hinstellen. Die Map von Omatana hat erhebliche Probleme. Nur geflackert im Wasser, kann man nicht so spielen. Ach, weiß man, was das ist? Das ist die Season-Plane. Ja. Deswegen hab ich die bei mir nicht drauf gemacht. Könnt ihr euch noch an der Geisesberg erinnern? Das Flackern da am See? Das ist auch die Season-Mass. Das ist, äh, wenn im Winter das Wasser gefroren ist. Das ist diese Maske. Die verursacht dieses Flackern. Das ist eigentlich bei euch auch so ne? Oh. Der Ostsee, ne? Das scheint wohl einmal ein bisschen besser zu sein. Ja, richtig toll war nicht. Ja, siehste. Äh, da wär ich doch bloß in Flensburg geblieben. Hört sich aus. Ich wollte ja. Ich wollte ja gar nicht weg. Hätt mir das Eis voll gewusst, wäre ich so da gewesen. Wär's dir egal gewesen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, bon, wir haben die Barsche. Aber das stimmt schon, das stört schon. Aber Geiselsberg war ja auch extrem, ne? Wenn das da geflackert hat. Ja gut, Geiselsberg hab ich nie selber im Singleplayer nie wirklich... Ne, hab ich ja überhaupt nicht gespielt. Ne? Aber das ist auch eigentlich eine sehr schöne Karte. Mhm. Aber die hat ja nie einen Abdeck gekriegt. Die hat... Am Kuhhof waren halt die Probleme mit dem Trigger da. Mit dem Flittern und alles. Ja. Ja, aber so... Ab dem haben die leider kein Zimmer bekommen. Ja, aber echt schade drum. War echt ne schöne Karte. Ja, genau so Stappenbach, genau das gleiche. Ja, natürlich. Ja. Die Schnee sind doch noch dabei, dass das Fliegen bleibt. Das hat man wieder gesehen mit Inhalten. Ja. Ja, das schon. Ich meine, ob im Winter dann auch das Wasser gefroren ist. Im Standard, ne? Das siehst du auch daran, wenn du nicht ins Wasser reingehen kannst, sondern irgendwo drüber laufen kannst. Dann ist da diese Eismas drin. Ich nehme was drauf. Ja. 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 Halloween haben sie auch noch so einen Kurztrailer rausgebracht, ne? Halloween LS22. Und jetzt ist die Eismas drin. Ja, das ist die Eismas drin. Ja, das ist auch so einiger Rund. Das ist die Eismas. Das ist die Eismas drin. Ja, das ist die. Ich muss mich auch nicht sicher sein, dass das € r Williams kommt. Und jetzt sind die Eismas drin. Ja, 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 ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Opa Erich, wüsste ich. Ja, einen schönen Dienstag. Wochenende, was haben wir denn da? Nee, nächste Woche. Nächste Woche kommt Jurassic World, ne? Am neunten, glaube ich. Keine Ahnung. Dann noch sechs Tage. Ja, nächste Woche ist es dann. Ja. Ja. Genau. Oh, ich meine Dienstag. Ich meine am neunten kommt es. Ich hatte gestern noch mal kurz geguckt, aber schon wieder vergessen. Was hat Stand? Ich glaube, das schickt das auch in Sand. Oh. Die BGA ist hier, ich lasse ich mir irgendwann mitlaufen, ne? Ach, sie kriegen schon was Gerdes da drin sind, weil ich bin... Oh. Ja, wenn es die Pisa ist, wenn sie es machen, halt das sie will nicht mehr lernen. Wenn die BGA das wird, das Gerdes, das sie will. Moin Wasser-Lilie, grüßlich, habt ihr allen einen schönen Dienstag. Das Ding wird auch schon dann voll sein, genau. Wie viele Gär-Reste gehen in das Silo rein da, hat der BGA dabei? Ich glaube nicht. 1,5 Millionen. Achso, welche BGA? Der großen... Mann, 1,5, glaube ich. Ja, sonst war 1,45 Millionen. Oh, ja. Ja. Kann ich auch noch zwischen euch machen. Kurz rüber spielen. Gleich ins Oma-Taner-Silo reinschmeißen. Ja, genau. Da wird noch ein Swapora brauchen, ne? Doch, 9. Oh, diese lag da richtig. Ah, okay. Das müsste dann Dienstag sein, ne? Das heißt, dann wäre nächste Woche Dienstag kein Multicare. Nö. Was? Dann müssen wir das, äh... Er will auch Mittwoch oder Montag verschieben. Was? Im S-20 werde ich auch anfangen, um noch was für den Motiv zu machen. Ja. Ja. Fyra folk. Du drückst dir da um. Ja, dann Dienstag. Genau, dann geht es jetzt. Jo. Ja. Mann. Ja. Baba. Ja. Dach. Ja. Ja, kannst du jeden Wunsch von Augen ablesen? Ja, da, 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 da! Gold ist 5, oh ne, so brauche ich nicht, genau wie Golduhr, so, oder Goldketten brauche ich nicht, das ist nicht so mein Stil, gleich ein Auto, ich brauche kein neues Auto, schön ein Eidel-Auto. Käfer-Cavioli, das wäre noch ein Träumchen. Ja, wie kannst du denn da bezahlen? Also, je nach Zustand, auch selbst in einem schlechten Zustand kannst du nicht bezahlen. Nicht mal so einfach zu kriegen, ne? Das ist außerdem. Obwohl, in Brasilien wollen die ja noch weitergebaut, es gibt viele, die fliegen da noch rüber und... Ja, ja, da gibt es auch noch viele, die ja bis 95, 93... Die kaufen da so eine ganze Fuhr ab, kommen alle in den Containern ab, yeah! Dann werden wir wieder aufgemöbelt. Ne, in Mexiko ist er noch gebaut worden, nicht in Brasilien. Äh, ja, bei Brasilien, ich glaube da fahren noch viele. Das kommt dann ja an. Naja, Mexiko war das wieder. Brasilien ist da der alte VW Passat noch eine ganze Weile lang gebaut worden. Lkw bauen sie in Brasilien. Das auch noch. Das wäre mir völlig egal, auf ein 1300 oder 1500 oder so, das wäre mir wurscht. Hauptsache Käfer. Ja, 303, die hatten glaube ich noch die Brezelfenster hinten. Ja, das war ja so. Aber dann, ja, wenn ich auch suchen dürfte, ein Porsche oder ein Käfer, welch die Käfer hängt. Naja, bei Porsche würde ich schon überlegen, was war einer. Ne. Also ein 356er Spider oder sowas, das sagst du auch nicht, nein. Weil das ist die Grundbasis vom Käfer. Ich wäre trotzdem aktiver. Oder einen schönen T3. T3, T2. Und dann auch noch gut. Ja, nur ein Sigloch. Im режим. Ja, also ein Tag da war, der Tag war ja schnell, was er stürzt. Damit ist das Nicoloch. Ja, nur ein Tag. Oh nein. ani, das ist auch gar nicht. Und da ist noch nichts. Ich werde das auch malذا today. Und da war ja noch so. Und da war zwei Stunden. ich auch ja ok mal 15 jahre ausschüttern so Ja. Ami, Ami wäre ja nur für mich der Mustang, der alte. Ah, ich schaue mich, ja. Aber da legst du noch richtig was hin, wenn du so einen noch in gutem Zustand bist. Selbst als Schott drüber noch, sei es noch. Mein Traubenhaus und weiter Golf 1 und Golf 2. Golf 2 hier, wie hieß er? Ah, Country, da war ich damals hinterher, hatte nicht gekriegt. Gut, da war ich in die Nacht! Ja, ich dachte, ich bin derzeit sicher, dass du noch nicht geschadet hast! das ist der kürbchen woher ist im golf 1 war ja ja aber auch verheiratet ja ich hätte die kisten sind auch damals gelaufen golf l 50 ps er war doch mal an was haben die kisten gewogen nix war ja nicht viel drin der rennt über der reichen der reichen bereichen 100 ps aus und das ding ist ein geschoss wenn man es richtig bewegen können dort und die zweite gibt es ein golf 2 aber ich jetzt mal belegen was ein golf 2 der drin ist auf jeden fall dabei ja es gab ja mal die golf ich glaube das war golf 2 er hatte diesen komischen die der hatte keine runden scheinwerfer aus der hatte zwei eckige scheinwerfer und so komischen kühlergrill drin wo unterm scheinwerfer quasi noch kühlergrill war t1 ja t1 ist aber ganz klar wie ich hier im wick raum na da bist du gerade schon vorbeigefahren an dem weg muss wieder umdrehen wenn jetzt nach rechts fährt rechts oben ist der weg hier aber die bäume sind genau ja ja genau so ganz ganz verwachsen versteckt kennt sich der kotze gar nicht mehr aus ja nicht so spiel gibt es noch gold 1 glaube ich muss die to speed kann sein was ich nicht denn das spiel so nicht so ganz schön wie es sagt danke dir Ah, es gab viele schöne Autos, Ford Cabri, Opel Admiral, Träumchen, oh. Oder ganz klassisch die Ente, sagen wir es. Oh, ne, die mag ich überhaupt nicht. Oh, das war eine Kulte, das hat ich blau noch immer. In zwei TV mag ich überhaupt schnell. Ich glaube es kann nicht viel, viel Varianten, den gab ich nicht. Ja, ja, das ist schon richtig, aber ne, ne, also mit der Kiste kann ich gar nichts anfangen. Moin, Geh mal, Fabi, grüßle ich, auch hier einen schönen Dienstag. Commodore, genau, Opel Commodore, das war auch ein heißes Teil. Oh, der damals dieser Familienkutsche hier, Fort Taunus, das war ja auch ein Schiff, ey. Da hast du, wenn du in den Urlaub geformt bist, hast du dir dann einen halben Hausstand mitnehmen können. Da hast du, wenn du in den Urlaub geformt bist, hast du, wenn du in den Urlaub geformt bist, hast du in den Urlaub geformt bist. Fort Granada, ja, genau, das war auch so ne. Und dann gab es damals mal so ne Audi Serie, die für Amerika bestimmt war. Ah, Audi, Audi 1000 oder Audi 3000, irgendwie sowas, das waren, das waren auch Dinger, ey. Moin, René, grüßle ich, auch hier einen schönen Dienstag. Fort Capri hat damals mein Onkel gehabt, zwei Stück, roten und bedrohen. Ja, genau, Dirk. Und statt die Fahrerwürze waren, das sagten sie auch, das sind die Kiste, die sind gefahren. Der Türkenbus. Dein Fahrer hat noch einen, oh. Bekommst du einen S22 auch früher? Ne. Zumindest noch ist nein. Schauen wir mal. Aber wie es aussieht. Drei Euro, René, viel, vielen lieben, herzlichen Dank. Drei Euro, jetzt noch mal, die. Da war er lieb, René. Heißt du ihn mit Jason? Ja. Ja, hier. Ja, hier. Ja. Ja, hier ist er dann... Ja, hier. Ja, da war er. Ich habe ihn mit Jason. Ja, hier ist er. Ja, hier ist er. Vielen Dank. Mein Vater war von der Zist auf der Autobahn, der hat an einem Tag 20 Transits angehalten, weil die überladen waren und immer so drinnen saßen. Ja, das war ja damals völlig normal. Hallo, Kaffee von Jason, da geh ich. Ja, die waren mehr als gewusst. Die waren richtig gut. Die Mercedes damals ja auch. Meine Mutter hat damals immer noch einen Strichachter gefahren, soweit ich mich erinnern kann. Die Dinger sind gelaufen. Die Karosse war schon völlig im Arsch, da konntest du auf die Straße runtergucken, aber der Motor war noch tipptopp. Den hast du nicht kaputt gekriegt. Die Dinger sind gelaufen. Die Dinger sind gelaufen. Moin, ich bin hier ein Schöndienst da, oh hier war der erste Herrscher, ich glaube, das hat er ja. Audi, hier dieser Audi Quattro damals in weiterer Roll gefahren hat, oh das war ja auch ein Freundchen. Genau, René, plus drei Ersatzspieler. Ja, das war er. Audi ist mein Traumauto. Autos sind schön von Audi, da gibt es nichts, aber leider auch ganz schön teuer geworden. Teuer waren sie eigentlich schon immer. Moin Mai, grüfte ich auch hier einen schönen Dienstag. Und auch danke für dein Leben. Der 5-Cylinder Audi, der war auch nicht schlecht. Ja. 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 Das ist alles gut, das ist alles gut. Aber Audi finde ich gut, wenn du fährst, die Reise erfahren lässt. Ja. Ja. Ah, Nutella, Nutella ist ordentlich, Palmöl drin, ohne Ende. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hab ja mal gesagt, ey, das ruckelt und das war echt nicht normal im Spiel. So, ich geh ja ein bisschen Mama auf, zeig ja, bevor sie arbeiten muss. Ja, ja, aber wahrscheinlich nicht für den Convoy im Single-Player, funktioniert der Einwand frei. Ja, genau. Ja, ich hab mich heute Morgen früh geärgert mit dem Staublauber. Hat sie dich abgesaugt? Oh, oh, oh... Ja, ich hab das mal dabei. Untertitelung des ZDF, 2020 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 aber hat genau gereicht das zweite wagen kann das feld oben auch weg die frage weil hat er das stimmt ja da war ja was kontrolle ich denke mir gerade warum geht den grad schon wieder nichts hat gestern ein video gemacht und hat den pfone verlinkt hat mir das hochgeladen angeschaut ich gucke mir also was ist nicht fair und man macht sowas nicht ja wie gesagt das kann aber noch keine vollvision sein oder er hat eine beziehung wo die gepresst werden dass man sich da auch was und machte sie aber auch strafbar allein das zeigen wir ja schon strafbar das darf man nämlich auch nicht der pfone ist der einzige spielen durfte er hat seine zeit freigeschaltet bekommen das glaube ich nicht die partner von james die bekommen das ja alles zugeschickt und zwei tage vorher früher dürfen das nicht zeigen ja 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 nicht ja Wenn man schon rankommt erstmal, sagt man, ne, begrüßt man erstmal hier und ich gleich, wer hat Bock zu zocken? Oh, ein bisschen benehmen hier, oh shit, was denn hier? Ich muss dir mal anschauen, die Videos, da fährt auch ein bisschen unverwalt zum Kotzen, wenn ich... Ich guck mir sowas nicht an, weil sowas ist nicht erlaubt und das unterstütze ich auch nicht. Wow, ich bin eine Laufelbe. Eine bessere als andere. ja genau ich wusste ja frau dann für die sache in die morgen wusste ich auch die einen schönen sache wir machen klatschiff ja wir haben die räumung klar bekommen wir müssen ja die gemeinahe verlassen wollenkampftops berlin grüßt sich auf die einen schönen dienstag und herzlich willkommen bei uns das große feld dürfen wir noch einmal bestellen und aber und dann müssen wir alles besenrein übergeben dann sollen wir uns verpissen haben sie ja wir haben hier wohl na ja fühlt sich an hier auf den stift getreten dass wir zu groß geworden sind zu schnell zu groß die halbe gemeinde haben ja schon gehört uns gehört hinter uns wir haben ja schon gar nicht mehr wir haben das große geld ja die anderen haben wir schon abgegeben und dann gucken wir später was wir an geld zusammengekriegt haben und dann ganz einen schluss vielleicht nochmal ein single player reingehen und die ganzen daten zeigen was wir so hier an fläche und alles gemacht haben in der zeit dann gibt es bestimmt noch mit ein schönes haufen zum abschiebten hast du gesehen, die silos sind weg alles leer alles scheiße auch bei denen angenehmer oder? ja wenn man fertig sind, sagt die karte uff, endlich bleib ja ja, endlich sind sie weg und dann geht es nach australien, setzt die paar hohen, wo es noch kleine felder gibt ach die west end 64 fach und damit auchstechnik ich habe was zu tun, Thomas okay jetzt habe ich mich nicht aus die hier Ja, oder den zum Anhängen, den Fahr M66, war das der M66 zum Anhängen? Ne, ich glaube das war der Wildfahrer, der M66. Lanz und Hannomarkt kommt als Abschluss, das mache ich dann als Abschluss auf der Kante liegen, Feld 24. Damit verabschieden wir dann den LS19. Das ist die Just for Fun. Mit der Kartoffelmacher, mit der Kartoffelschleuder. Tick, 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 tick. Hahahaha Fluch mit Eisern, ja. Oh, das ist die Just for Fun. Sie machen dann. Fluch mit Eisern. 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 Moin, Lopi, Lopi, Lopi. Auf jeden schönen Dienstag. So, das erste Gespann wäre voll, ich bin auf dem Weg, ah, jetzt steht der da am Weg. Ach, da stand, ähm, äh, Mist, ja, hab ich so nicht mehr dran gedacht. Ah, die Furcht. Ich kann ja mit denen nur so rüberkommen. Luki, Luki, ich hab dir noch was gesagt. Du hast erstmal Pause. Pause. Ich kann ja mit dem zweiten kommen, oder? Äh, ne, ein, äh, mein Trecker ist ja da. Der ist ja voll. Der anderen, den hab ich jetzt bloß voll gemacht, das ist der hier von der BGA, da kipp ich hier immer rein, damit die läuft. Warte, ich fahre davor. Ja, passt, passt. Ich fahre über die Reifen hier, aber... Da ist immer schon so oft drüber geworden. Ja, eigentlich wüsst ihr schon so platt im Boden liegen. Ja. Achso, hast du auf die Seite gestellt. Ja, die standen da. Ja, stimmt, die neuen hatte ich ganz vergessen gehabt. Da wär's halt gut, wenn hier hinten irgendwie ein Durchgang wäre oder sowas, weisch? Oder wenn hier die, äh, der Zaun nicht wäre, weißt du, da könnten wir hier hinten durchfahren. Ja. Bei der BGA. Ja. Na, Mann, 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 Mann. Na ja, dann machen wir die jetzt langsam leer hier. Die werden wir langsam verdichtern. Langsam. Hm, hm. Drüben haben wir noch über 6 Millionen Liter liegen, ja. Hm. Wie gesagt, von vorne nach hinten durchdreh um und komm wieder vor geworden. Dass du am besten rückwärts drum bestellst oder so. Das wär vielleicht am besten, weil da kannst du ein bisschen anpassen. Oh, du drehst das so um. Aber das ist jetzt hier noch ein bisschen blöd zu machen. Ja. Hm. Oh, die Radlader könnten ja eigentlich auch weg, ne? Theoretisch. Sollen wir sie zum Shop schon mal setzen? Hm. Ach, kann man ja nicht auch ein bisschen drehen und da reinstoßen. Und dann... Und dann... Ding, ding. Boah, ich blende die Sonne so schlimm. Ey, ist doch nicht normal. Ganz Tag dunkel. Und jetzt? Ich kann ja auch nicht mal die richtige Bildschirme drehen. Das ist auch so. Jo. Supi. Also die Maschine hier ist echt nicht schlecht. Aber da werden wir nachher mal probieren, ob man den... Ich meinte, dass die Mist auch macht. Obwohl es nicht angezeigt ist. Das muss ich mal probieren. Da fahr ich mal hoch. Ja. Zum Schweinehof. Das probieren wir mal nochmal. Aber ich hab ehrlich gesagt eigentlich keine Lust da oben, das alles zum Schaufeln. Moin Marco, grüß dich, auf dir einen schönen Dienstag. Wir folgen. Achso. Äh, warte, warte, ich spiele deine Map und die hat eine ganz grobe Bühne drin. Es fliegt Schnee. Echt? Echt? Enormlich Schnee? Da hast du auch gar schief gelogen. Das kann nie sein. Also brauchen wir die zwei Radlater nicht mehr, oder? Weil dann tue ich die gleich nochmal verkaufen. Danke, Marco. Ja, hast du jetzt so ein bisschen zurechtgefunden aufs Gamm? Ja, hast du jetzt so ein bisschen zurecht. Sagst du, wenn du wieder da bist? Ja, ich bin auf dem Weg. Ich versuche hier ohne Unfall irgendwie durchzukommen. Die Sonne haut jetzt genau beim Nachbarn auf diese Dachfensterschein rum, das blendet bei mir so rein. Also, mhm. Boah, ich sehe fast gar nichts mehr. Da ist er ja. Ja, wir haben ein bisschen hier noch rein, dann kann man hier besser herfahren. So geht's. Dann kann ich hier rein. Okay, doch ganz gut so, ja. Noch ein Stück, noch ein Stück, gut. Äh, noch nicht, Thomas, ist noch nicht schwer. Ja, das stimmt. Das Spiel ist nicht einfach. Man hat doch vorher noch gesagt, dass es leicht wird, ne? Oh, jetzt muss ich wahrscheinlich ein bisschen mit herkommen. So, äh, bleib stehen so. So ist gut. Dann kann ich ein Stück vorfahren, weißt du, immer? Ja. Und kann nachziehen, denn... Halt. Halt. Ah, stimmt, genau, da wollte ich hier mal gucken, was hier in Europa eigentlich hat. Bitte? 768 PS, das stimmt sogar fast. Ach so, ja. Bei Ricky Video, der hat ja gesagt, knapp 800 PS Volvo Motor drin. Den Tiger, Tiger 6XL hatten, so war. Ja. Ja. Aber es war schon für gar nicht voll sein. Ja, ja. Wo sie da in dem Tank drin gestanden sind. Ja, ist schon eine gewaltige Maschine, ey. Ja. Also ich... Ihr Nachbarschaft hier... Der Kartoffelbauer, der hat ja zwei Grimmel-Kartoffelrohler und zwei Europa-Kailer. Mhm. Ich bin mal, Junge, also, das ist schon gerät, du. Ja. Ja. Na, so ein Grimmel-Vollernter habe ich bei mir auf der Straße mal entgegenkommen sehen. Also da machst du auch... Moin, Johnny, dir, grüß dich, auch dir einen schönen Dienstag. Ja. Da machst du auch freiwillig Platz. Mhm. Und dieses Jahr ist sogar zum ersten Mal hier der Fredo lang gefahren. Hat Gülle eingegrubbert. Okay. Oh, danke, Wolke. Oh. 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 Das ist schon eine Rettung. Oh. Thomas, es wird langsam Licht auf der Karte. Haha. Mir geht's gut, Johnny, dir und selbst. Ja, wenn er ist, wann man nicht draußen ist, spielst du dann ab und zu vielleicht auch mal wieder an LS19. Kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Ich guck mir das erst mal an, ob wirklich alles läuft. Auch mit dem Multiplayer werden wir dann gleich testen am Wochenende. Also Montag kommst raus und dann gleich das Wochenende. Dann machen wir ja zwölf Stunden dann gleich. Dann probieren wir mal den Multiplayer aus. Die Kerscher brauchen wir da irgendwie mehr, oder? Nee. Zwei Augen, den am Hof lass ich mal nachstehen. Gut. So, ne? Ja, so ist gut. So ist, so ist, so ist, so ist gut. Die Maschine arbeitet ja eigenständig zum Glück. Aber mit der geht's nicht gut. Mit der Maus hier, also. Ich hab von Samstag 24 bis Mittwoch 24. 11. Urlaub genommen. Da haben viele, da haben schon einige geschrieben, dass die dann Urlaub genommen haben. Ich denke, das scheint, dass er irgendwann noch Ärger kriegt. Vom Arbeitgeber. Weil wir alle Urlaub nehmen und so weiter ist. Ich hab's dir schon zigmal gesagt. Und ich werd da jetzt auch nicht mehr drauf antworten und reagieren. Da recuerde ich euch noch. Das ist plötzlich auch richtig schön. Wie ist es denn, wenn ich dich wünsche? Ja. Du kannst dir mal auf dem Gekkanne. Und du kannst dir mit dem Gekkanneaschen. Ja. Ich glaube, das ist richtig schlecht. Ich denke, das ist richtig gut. Und dann sch elves. Ich bin an Live-Chasing, ja. Also ich hab mir so gedacht, Montag kommt es heraus, von Montag dann die französische Karte machen, Dienstag die amerikanische und Mittwoch die Erlengrad. So hab ich mir das so vorgestellt. Drei Tage die drei Karten machen. Hehehe, ich laute es da. Und das ist das, der hier ist derart, der hier ist, der hier ist. Drei Tage die rufe. Ich schweiß hier, Drei. 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 Ich bin euch gut. Hier, Drei. Drei. Ich bin mit dem Bein enttriegen und spiele auch mit dem Ball. Ja. Na, da kommt der ja bald noch 200 Stunden hier, der Schlepper. Sehe ich gerade. Gut. 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 Das war's für heute. Jaja, die Ausfahrt da drüben ist ganz komisch, gell, da hinten. Die muss jetzt so rau, gleich ums Eck rum. Da kann ich mal gucken, die braucht bestimmt auch was. Dann kannst du ja gleich den nehmen. Ja. Oder so, ja. Und da reinhauen und da reinhauen ist ja egal. Ja. Oh, wie ist der? Komplett weg, oder? Fast 5.000 Liter sind noch drin. Moin, Lewe. Grüß dich. Einen schönen Dienstag. Oh, wie ist das? Oh, dann sehen wir nach. Wo? Oh, du, du, du weißt ja nicht, wie ist das? Ja, vielleicht hat er ja Urlaubtester und hat da kein Internet empfangen. Ja, war eigentlich immer ein treuer Zuschauer. Wolke, nicht weggehen, bleib da! Die Wolke soll nicht verschwinden, die soll da bleiben! Achso! Ja, genau! Geht das? Ja, warte, 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 warte! Ich muss da ein bisschen... Ja... Jetzt geht's wieder besser jetzt. Ja, weil du kannst das Ding ja in hunderttausend Richtungen verdrehen. Was ich aber jetzt noch nicht ganz verstanden habe, ist, warum da unten drunter noch Räder sind. So kleine. Kann man das Ding jetzt auch als Ski im Fahrzeug benutzen? Da weiß! Da weiß! Boah! 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 Ich weiß schon, warum das DFB-Pokal 80-Kanal ist. Wann? Okay. War nicht heute auch was? Bayern heute? Wo war das morgen? Wenn, dann ist Champions League. Ja, Champions League. Glaube ich heute, ne? Das kann sein Dortmund und Bayern und Leipzig und Wolfsburg. Bayern kann ja heute schon vorzeitig ins Achtelfinale gehen. Ja, wenn sie gewinnen, ja. Den reicht es unentschieden. Und für Leipzig ist es vorbei. Bayern reicht es unentschieden. Die haben alles gewonnen. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Doch, heute, genau. Heute spielen wir in München. Genau. Das kann sein, ja. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Danke, du bist voll. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Kannst du mal kurz ein Stück vorfahren? ist bestätigt super, ist doch schön das haben wir ja schon lange viele gewünscht auf PC gab es ja den Mod es macht ja auch Sinn also bei jedes Mal neue Gerätschaften dann neue und wieder Karte das ist ja auch auf Dauer ah ok, noch Bilder dazu ne, habe ich wohl irgendwie verpasst na, mal gucken mord, da mache ich irgendwas es spinnt jetzt hier gerade runter hinten das Gewicht dein Gegengewicht was ist damit? es hängt an der Mauer bei mir nicht doch links stehen wir in der Mauer ganz frei ich hänge so oder so fest ja 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 äh ricky, lustig auch dir einen schönen Dienstag hebt mal das Zulassfahrwerk ach, ein Zulassfahrwerk ist das wirst du? jawohl das kann ich aber nicht einsetzen warte, 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 warte du mal, es war die da ich brauche nicht mehr viel mit der voll jetzt mit der voll danke, Ricky wer hat das geschrieben mit dem Zulassfahrwerk? ja, Ricky ja, aber das kann, das kann ich nicht einsetzen hier äh, ist nur für Straßenfahrten, damit du die zulässige Achselast nicht überschreitest ah, ja, ich habe mich schon gefragt, für was die Räder da sind äh, Experte ist da und schon wissen wir die Antwort hm faktisch, wenn man einen Profi da hat, ne? ja, es geht doch nur, nichts, nichts über Fachpersonal ja, beim Ecker, genau, diese Liftachsen aber weil das so ein bisschen ulkig aussah, da war ja nicht, dass ich dazu nochmal ein Video dazu machen muss oh, doch, ich glaube, dass es brauchen wir doch musst du musst du, Ricky wir haben das überhaupt nicht verstanden das musst du nochmal zeigen Rikis Lernvideo für den Landwirtschaftssimulator taking das nicht an nicht nicht wir nicht wir Untertitelung des ZDF, 2020 Rikki klärt auf. Ich habe dir jetzt noch ein Video geschickt, Rikki. Hast du gesehen? Fendt GT über dem Rübenboden. Ja, die Titel sind auch nicht schlecht, Rikki, wie wir es wissen. Ja, das passt. So, voll. Genau, Rikki, wie wir es wissen. Ja, die sind auch immer sehr interessant, eigentlich alle, egal was du machst. Hast du noch nicht gesehen? Ja, habe ich dir gestern rübergeschickt. Du weißt doch sein Internet. Ja, das ist gut. Hallo, Ketan Alonso. Willkommen. Good day to all. Thank you. Ich hoffe, Klaas bringt nur Standard einen großen Brecher. Ja, aber wenn nicht kommt Mods, da kannst du mit rechnen, da würden eine Menge Mods kommen. Ja. 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 Und dass sie hier schon wieder festhängen, ja, schaut was da aus. Fendt und Ideal, die ist ja gut dabei, mit Leif und Kornklang. Ja, die ziehen ja alle nach, das ist halt so. Und John Deere genauso und Klaas. Ich denke schon wieder fest, glaubst du das? Geht voll. Achso, will ich mal gucken? Habe ich gerade. Aha, verstanden. Ok. Zeit Vorspulen machen wir dann ab 19 Uhr. Dann brauchen wir nicht nach Vorspulen, dann überspringen wir die Nacht. Okay. A good day to all. Thank you, Jason Lonzo. Ja, die hat nur eine Leistungssteigerung bekommen, der Kornklang zu 19 ist ja gleich geliehen. Die Kipps sehen die mittlerweile auch als 10T-Variante. Ja. Und kleiner gibt es auch, habe ich hier gesehen bei uns. Ok. 7T oder 8T, irgendwo. Wir wollen hier was da drunter. Ne, hier ist der 8T. Auf dem Standort. Ja, der 7ter. Der 7ter. Der 7ter war das. Der 7ter war das. Der 7ter war das. Sehr früh hier rum. Single Rotor Dritte. Ok. Oh, ich kann jetzt mal volles rein hier. Der läuft direkt drunter. wenn du noch ein bisserl rüberkommen kannst, dann machen wir so wieder, ist ja kein problem das ist ja kein problem, dann machen wir so wieder, ist ja kein problem, dann machen wir so wieder Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Danke, Tester. Ja, da muss ich mir noch einfallen lassen, bei einer Million, ja. Sie sind sicher, nächstes Jahr ist gar nicht mehr so weit weg. Voll. Eine Million gibt's Online-Videos. Kann ich machen. Kann ich machen. Über Scum, oder? Richtig. Ja, dieses Jahr glaube ich nicht, aber dieses Jahr noch 300.000. Das glaube ich nicht. Also im Durchschnitt liegt's so pro Monat zwischen 22.000 und 30.000 Aufrufe. Ich hab die 24 gerade so überlebt, ey. Übertreiben muss man es auch nicht. Aufpassen, ich hab mich anders hingestellt. Ja. Das ist jetzt hier ums Eck um. Ich hab ja etwa über 200.000, aber was ich am meisten freundlich habe, über 10.000 oder? Ja. 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 Da ist ja mittlerweile kannst du ja alles nachgucken, ne. Wie viele neue Zuschauer waren, welche Altersgruppen, was weiß ich. das ist echt verrückt. Das ist echt verrückt. Welche Länder. Ich glaube ich muss gleich nochmal ein Käfchen holen. Ja, die muss dann langsam wieder mit dem Tank tauschen. Ja. Ja. Ich glaube du bist voll. Jo. Ja. Ja. Okay. Ja. Ja. Okay. Ja. Hier ist Global Markets, was es ja auf PC gibt, das ist auch eine ganz, ganz tolle Sache eigentlich. Du konntest ja online alles verkaufen oder kaufen, ne? Stimmt, schon so warm alles. Funktioniert einwandfrei, echt super gemacht. Ich hab das einmal gemacht, hab da, ich weiß gar nicht, was ich da reingekloppt habe. Das war so schnell weggekauft. Vorsicht! Achso. Jupp. Warte mal kurz, ich ziehe mal die Maus kurz ein Stück zurückziehen wieder. Wenn wir unten wieder die Fläche freikriegen. Jetzt kannst du erscheinen. So, dann machen wir das Ding hier schnell voll und dann willst du dir einen Kaffee machen und ich... Mal das Lass. Okay. Guck. Ahaha! Au reihe! Du wirst doch alle Tapen, ich hab jetzt das Ding. Daaare nicht. Ich hab jetzt eine Fläche inspireStelle, glaube ich das. Ich hab's das Ding. Ja, das ist ein Ding. Mach die Fläche. Ja, das ist ein Ding. Ich hab ja jetzt einen Ding da. Ich hab sie da! Ich hab das Rad. Alls. Was? Schau mal, wir sind so alt, da sind wir schon gleich drin. Wir machen es gerade in einer alten Stunde. Ja, da frisst du es gut rein. Ja, wie gesagt, einen zweiten Abfahrer, wenn wir hätten, wäre es gut. Ja, Aussicht klingt nicht hundertprozentig fit, gute Wässerung, mein Jungen. Tester. Ich weiss, alles hause. Wir schauen nachhin. Nein, aber es sollte sehr gut sein. Und wenn du wie gesagt, wer es offen ist, dass wir keine twists Patienten mitmachen. Oh, das habe ich gar nicht gesehen, Vicky. Hast du ein Video hochgeladen? Das ist quasi voll. Oh, ja. Weihnachten steht vor der Tür. Zeit zu häxeln. Das sehe ich gerade zufällig. So, ich bringe jetzt mal was weg. Ich glaube auch, sie hat die Lage Fieber, ja. So, ich hole mal auf mein schnelles Käppchen, bin gleich wieder da. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Michael, dann kommt die Polizei und das möchte ich blitzen, ja, das wär's mal. Das ist mit LF, wenn die Polizei kommt. Die Waage, bitte. Ach, da war das da. Oh, passt genau. PS4 kann nicht überladen, ich glaube, Gewichte werden nicht angezeigt, bin ich mir nicht sicher. Also eigentlich haben sie gesagt, alle Funktionen sind gleich. Nur bei den alten PS4-Visionen kannst du nicht die volle Grafik nutzen. Äh, wo denn jetzt? Ach da. Da halt. So hab ich das rausgehört. Gute Nacht. Wir sind Schnellschlepper, guck mal, wir sind schon wieder wach. Aber, so wer? Ja, das war's. Ja. Das biege ich auch schon wieder auf die Tür, ja, was hat, ja, den Rest hier reingeballert, die ich im Anhänger hatte. Ja, Thomas, pass auf, es soll auch Überrechnungen geben, L22, ja, auf jeden Fall. Das haben wir auch gleich gesagt, dass wir nicht alles zeigen werden, ne. So, Fußgänger, Sätze, Zumbis, aber nur einmal im Jahr. Moin, Rubin, Burkhardt, grüß dich, ich hab dir einen schönen Tag. Kommt, es ist ein Stück drunter geworden. Für L22 ist fast eher eine Gutmachung, oder ist die Kern so viel möglich? Es ist viel mehr möglich mit dem Kern, sehr viel mehr, merkt man gleich. Genau, Thomas. Also vielleicht, vielleicht haben sie ja für den nächsten Halloween im N22 ja ganz was anderes im Betto, ne. Wer weiß das schon, vielleicht spuken da Geister rum, oder fliegende Kürze, ist ja alles möglich. Ne, ist klar. Ne, ist klar. Ja gut, die Palette hat hier oben gespukt gehabt. Ah. Geister gewandelt. Genau. Ja gut, Paul. Haha, die beiden. Haha, die beiden sind. Gut, dann sehen wir, du mal an. Oh, jetzt hätte ich gar nicht drauf geachtet, was die BGH da drauf geschmissen hat, aber wir haben über 10 Millionen schon. 600.000 die eine und 400 die andere. Nee, 250.000. Irgendwie so. Ja, insgesamt 853.000, ne, da waren 600.000 bei der Großen und 250.000 bei der Kleinen. Wahnsinn, ne? Ja, gut, die sind ja jetzt fast, die habe ich ja jetzt die letzte Zeit voll betrieben gehabt. Ich habe ja die ganze Zeit geschaut, dass da, dass die laufen. Oh, die Kühe muss man sauber machen. Ja, das leuchtet sich dem Ende. Oh, hier wäre noch ein Grupperauftrag. Zwei, drei. Irgendwie ist der gerade ganz abgekackt, der Controller. Ich glaube, ich muss noch mal einen neuen besorgen. Die Batterie, die schafft nicht mehr. Die hat nicht mehr lange durch. Ja, ich hätte hier schon zwischendurch geguckt, aber die hatten alle so schlechte Kritik. Ja, ja, ja. Und dann dafür 50, 60, 70 Euro ausgeben. Ja. Das ist echt ein Drama mit ihm gegangen, ey. Der hat zwar noch geleuchtet, aber ich konnte nichts mehr machen, ne? das ist ganz heiß, da ist das. Ehe, der Trecker fuhr und fuhr. Fendt, goodbye. Hey, pass auf den Tent auf. Fischir-Controller, die sind von mir schon alle gezeichnet, die hatten nicht lange, kürzeste drei Monate, längste ein Jahr und ein Controller, die ich jetzt hier noch habe, ein neuer ist schon dabei. Die anderen zwei sind noch vom LS15 und einen habe ich schon weggeschmissen, ich hatte vier Stück. Alles klar, Robin, lass dir schmecken, ne? Okay. 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 ... ... ... ... ... ... Du du duu Das ist ein kleines Schlemshot, also Vielen Dank. So, jetzt ist die große voll. So, jetzt ist die große voll. Was hier auch noch fehlt, ist ein Stundenzähler von der BGA. Die Betriebsstunden sind schon gelaufen. Das wäre auch noch mal interessant gewesen. Und ich hoffe, in 2020 gehen dann endlich auch mal die Anzeigen wieder. Wie ein 15er oder 17er. Für Gärmester, also Gülle. So, vor Wochen waren noch drei Monate bis L22 und jetzt 20 Tage. Komm, L22 raus, steht da die Knosser in die Tür. Ja, es gibt auch bei FWM Modding schon so das erste Mod-Vorstellung da. Irgendwie sowas habe ich da gesehen. Aber so richtig sind es noch keine Mods, weil der GE noch gar nicht da ist. Okay. 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 Ja. Matthias Moos, guckte ich, ob du einen schönen Dienst hast. Der ist gut, Matthias. Der Nikolaus hat dies ja keine Zeit, er spielt L.S. Der Nikolaus hat dies ja keine Zeit. Ja, es sind aber keine richtigen Mods, Thomas. Das ist nur erstmal eine Vorschau. Wie gesagt, richtige Mods für ein 22er gibt es noch nicht. Der Nikolaus hat dies ja keine Zeit. Der Nikolaus hat den Nikolaus. 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 Der Nikolaus hat den Nikolaus hat den Nikolaus hat nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 wie im jeden Teil es sei denn du willst die 19er weiterspielen, dann musst du sie nicht rauslöschen, aber für einen 22er gehen die 19er nicht so 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 quasi hier auch fast ruhig, ne? Naja. Ja, von den sechs Silos sind ja schon vier weg. Der fünfte ist fast weg. Ja. Das größte ist dann auch. Das gucken wir mal nicht so genau an, ne? Ja. Lass bloß die Planen drauf. Guck da nicht runter. Rrrr. Ich hab da ungefähr 60 bis 70 Mots noch drauf, ne? Also 17. Okay. Ja, wenn du den noch spielst, oder warum nicht? Ja. Mitzewites. Also ich werd schon gucken, dass ich alle Positionen mache. gerade wenn wir sieben spießt nachher dann hast du wirklich noch zu tun es wird schon dauernd bis er da richtig hochkommt ach so selja ja wo willst du hin oh wie schon mir erwischt Danke. Pau, guen. Ich glaube, es ist ein Wunder. Ja, wieder aus. Ja, ich spiel noch auf mein Anzahl. Ok. René, lustig, ich hab dir noch einen schönen Dienstag, Dienstag. Oh, ich hätt' ich bei der Mittwoch gesagt. Ja. Heute gehen wir aufs Vlog, grüß dich, jetzt hier einen schönen Dienstag. Schönen guten Abend, die Herren. Das ist auch nicht vom Regen geworden. Ja. 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 Du meinst, wenn man die abschaltet und trotzdem da Schnee liegt und so, das meinst du wahrscheinlich Thomas, ne? Ja. Ja, das ist... Vielleicht ging's nicht anders. Aber vielleicht finden wir ja irgendwann eine Lösung. dass es dann nochmal da für ein Update kommt. ... Ja. Ja, aus der ... Wenn du dich will viel stetzen. Ja. Alles klar Team, ihr oder euch auch noch einen schönen Abend sehen, ne? Schöne Grüße und schönen Abenddorf. Sonnfälfte 1.0 ruft wenig, auf die Ehre einen schönen Dienstag. Danke, Sie. Aus. Aus. Ja, ich springe ja schon. Oh, ich mach da ja hier die Akkordarbeit, ey, da scheint noch mal nicht bei mir drin, also, ne, 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 ne. Tja, da wird er so nicht mal, da wird er sich ja nicht mal geil kriegen. Oh, ich mach da. Oh, ich mach da. Oh. 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 Vor allem, auf dem først heilen. Deine Might. Ja. Oh. Oooo! Eieieiei, jetzt ist ja ein Geburgen hier! Oooo! 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 . Oooo! Oooo! x Oooo! Oooo! weil das Bad ist auch unwelt, das muss man nicht sagen. Tschüss! 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 Ich hätte was die ganze Zeit schon machen sollen, oder? Waaat? Ja. Ahem. Du musst im Spiel ein Konto einrichten und den Schlepper musst du dann selber kaufen. Jetzt sag mal so ein bisschen mehr Abzüge müsstest du schon reinmachen. Wenn du einen Schlepper kaufst, musst du ja auch Versicherungen alles zahlen. Irgendwie sowas müsste ja auch so eine Art was mit reinkommen. Du siehst ja wie schnell du hier Geld kriegst. Das gleiche wie bei ATS oder ETS. Da müsste auch sowas rein. Du kannst mir einen neuen LKW kaufen. Ja. Ich hab bloß wahrscheinlich das richtige Level. Ich hab ein oder zwei Level Filme und hab das ich mir gleich Ding kaufen kann, wo ich haben will. Ich hab ein ein wenig was fürci. Ich hab ihn aus. Ich hoffe nicht schön, dass wir uns nur so Grundeinkommen fällen. Aus. LFB. Juck. run. the run. the Auf meinen Rechner kommt nur LS, habe ich nicht, will ich nicht. Und wenn sie direkt und so ist, ist okay. Und wenn sie nicht, will ich, will ich, will ich, will ich, will ich. Also wenn ich anfange zu schwitzen, dann ist es auch etwas falsch. Und wenn ich anfange, will ich, will ich, will ich. Und wenn ich anfange, will ich, will ich, will ich, will ich, will ich, will ich, will ich. Und ich habe, will ich, will ich, will ich, will ich. Wenn ich, will ich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hoppla Hoppla Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, genau Ja, genau So, das muss man jetzt dann nachher da was zu essen machen Ja, da hat man noch mal ein paar Bratkartoffeln Ja, da hat man noch mal ein paar Bratstoffe nachher Ja, da hat man schon mal eine Bratstoffe nachher ach ich bin übrigens bloß noch die woche zu hause ja ob liegst nächste woche ist das schon wieder hinfällig ich sag nichts das glaubst du nicht ich bin mal gespannt er war eine andere abteilung halte wahrscheinlich ein oder zwei leute ausgeliehen wurden sind gibt es im november bei uns keine kurzarbeit wir haben so eine panik wie könnten denn die leute über uns reden leute sind mir scheißegal wichtig ist dass meine mitarbeiter arbeit haben vor allem der witz war ja ich wollte ja ich war ja den freitag war ja mit meinem jungen zu hause bin ja zum arzt gegangen alles war ja eine krankenmeldung gehabt da habe ich zu ihm gesagt er tut was auf komm am einfachsten ist machen wir einen tag kurzarbeit ist die sache erledigt ne bringst eine krankenmeldung dann bin ich ja in der firma unbezahlt und würde ja theoretisch das geld von der krankenkasse kriegen wir kriegen ja auch bloß 70 prozent ja die krankenmeldung abgegeben rufe im lohnbüro noch mal an ja ich kriege ich krieg den ersten tag von der krankenmeldung zu 100 prozent von der firma bezahlt also hat er der firma noch mehr schaden zugefügt als wie war das was er eigentlich wollte bis vier wochen oder bis sechs wochen glaube dann geht es erst in der krankenkasse in zahlung ne ich hätte normalerweise ich habe eigentlich eine krankenmeldung ich war eigentlich krank aufs kind geschrieben da kriege ich von der krankenkasse das geld in unserer firma ist es aber so unsere firma übernimmt den ersten tag da kriegen wir das geld von der firma und 100 prozent ja er wollte wahrscheinlich der firma geld sparen indem er mich unbezahlt drin stehen lässt und hat aber irgendwas da wieder verpeilt und jetzt muss ich die firma 100 prozent bezahlen sonst hätten sie bloß 30 prozent zahlen müssen aber wenn man nicht will gleich finde ich finde ich finde die regelung finde ich ja super wasser ja 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 Upsah! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir haben doch keine Zeit, Mensch. Ja, ich weiß, der Bürgermeister drückt. Jo. Ich sag ja, wenn der neue Bürgermeister gewählt wird, das wird scheiße. Das war nicht gut. Ja. Richtig. Aber kann uns wurscht sein. Wir hauen ab hier. Fertig. Jo. Sollen sie sich andere Dumme suchen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oups! Oups! Ach, bist du um die Ecke rum, oder? Ja, ja. Gänsel ging es gut, aber diesmal hat es mir hergestellt. Ja, ja. 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 Vielen Dank. Wir hätten das gleiche so machen sollen mit 2, das wäre noch deutlich schneller gewesen. Wir hätten das gleiche so machen. Wir hätten das gleiche so machen sollen. 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 Wir hätten das gleiche so machen. Wir hätten das gleiche so machen sollen. 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 So. Wir hätten das gleiche so machen sollen. Wir hätten das gleiche so bienstone. Banzi und banzi und banzi und banzi und banzi und hochladen. Bien siihen aber dann sind das gleiche so machen musst du das gleiche. Schönen Abend euch allen, danke und tschüss.